Wir ändern, wir frieren sich erstmal selber ein. Immerhin habe ich noch elf Brot, ob ich damit regenerieren kann die ganze Zeit? Ich kann ja Geschenke öffnen, vielleicht kriege ich da noch was raus. Ich gebe denen Steckt Kartoffeln, komm her. Ne, ich gucke erstmal hier, okay, sieh jetzt. Gebt gebrannte Kartoffeln, Steckt. Nimm. Danke, auch nicht schlecht. Nein, hä, was ist das denn? Mein Wasserskrepp vereist. Das ist geil. Hä, warum vereist es im End? Sollte eigentlich nicht passieren. Das ist wahrscheinlich auch so eine Weihnachtsmut, dass das hier kälter geworden ist dadurch. Jetzt hab ich ja kein Wasser mehr, was ist denn das für eine Scheiße? Mensch, Handy, du siehst aber, dass ich mich hier hochbaue, wieso gehst du genau zu dem jetzt? Ja, weil ich dich gesehen hab. Lass uns mal ein bisschen absprechen, ich alle aufs Selbe rennen. Erstmal die ganzen Geschenke raushauen, ne. Schön das Inventar zuklumpen, das hört man doch gerne. Na gut, kein Wasser mehr, egal, aber bitte noch nicht können. Wir machen erstmal ein bisschen Pfefferminz-Zeug. GTA 6 Trailers draußen, ich hab mitbekommen. Ja. Ja, ich hab schon gesehen irgendwas, aber mehr Details kenn ich nicht dazu. Der Frauenhass von den Leuten, die halt nie GTA gespielt haben, vor allem. Oder halt generell der Rassismus von einigen war zulässig. Ja, also grundlos. Platzier mal Wasser. Kann ich machen. Da fehlt dir ja auch so schnell Essen. Oha. Bin gleich unterwegs, jetzt kommt Graf Simon gleich. Ja, okay, jetzt hat er's aber verpasst. Hm, na ja. Aber wir haben's ja gesagt. Mal jagen die Enderman, die Enderman hat den Enderman oder was. Ja, warum sind die so, ich hab noch nie so aggressive Enderman gesehen. Du schaust dir auf die Augen. Ach du Scheiße, ich schau die nicht an. Achso, die haben mit der anderen Ortsfeuerwehr geübt und deswegen hat's irgendwie länger gedauert bei denen. Ach, dann noch gegrillt, okay. Aber bei dem Wetter, also bei den Temperaturen. Fehlen da Krüste? Nee, das ist keine mehr. Ich hab noch 21 von den Teilen, wenn du willst. Das ist so komplett aufhören. Ich hatte dieses Geräusch, wenn er das macht, das ist viel zu übertrieben laut. Da gibt's wenigstens Ornatoil, da kannst du nie genug Zeit haben, um das einzusammeln. Und ich hab meine Performance voll. Hast du? Kann ich killen? Ja. Cool. Oh, verpiss dich doch, mein Gott. Nee, aber warum sind die Enderman so stark? Sag mal, hast du irgendwie die Schwierigkeit umgestellt, Shandy? Nein. Ja, die Enderman waren doch nie so stark gewesen. Die Zukunft ist doch auf easy. Warum kann ich das von hier unten nicht einsammeln, diese Wolke? Man muss da ganz nah dran sein, damit man das einfangen kann, das ist auch komisch. Ja, weil es eine Hitbox ist, das ist eine Entity. Ich sag, helfe mir bitte die Enderman zu können, die ganz auf mich losgehen, bitte. Wo ist denn das Wasser hin? Das bräuchten wir mal. Die kleinen Enderman sind schlimm. So, jetzt wird er erledigt, jetzt ist Schluss hier. Ausgerechnet der, der die Ansage macht, kriegt wieder das meiste ab. Das Grunzen ist so schlimm immer. Und eine ausgereifte Enderperle, what the fuck. Habt ihr die Fläche voll? Ich hab einige voll. Weil die in der Modbeck hier nutzlos für mich sind. Also wie gesagt, du kannst die schon mal alle haben, die ich hier besitze? Nein, du brauchst auch welche. Na, wofür denn? Ich kann sie mir bei dir holen. Guck mal, wie frech der schon wieder wird. Naja, falls ich sie brauche. Aber erstmal gönne ich sie dir halt mehr, weißt du? Freut dich doch. Weil du wolltest sie unbedingt und... Naja, ich kann mir ein paar hier noch befüllen, weißt du? Da hab ich nur einen Notvorrat. Aber als ob ich jemals was damit mach, das bezweifle ich eben. Okay, nice. Dann brauchen wir noch auf jeden Fall ein Thumbnail davon. Boah, da muss man mal so sich beeilen. Aber egal, ich mach jetzt einfach eine Überdosis an Screenshots. Das wird schon passen. Besser zu viel als zu wenig. Wie viel XP habt ihr? Äh, 90. Na, ich hab 35 Level. Putsch, das ist nicht wie ich auch. Wie viel denn? 80. 61. Oh, naja gut. Wie immer, ne? Wenigstens haben wir ein bisschen was abgekriegt. Also ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Da vorne ist das Brutal, ab geht's. Jenny, hast du eine Anapel? Ich bin schon wieder in der Oberwelt. Äh, ja, hab ich. Direkt auf Eli Choir, ja, ich sag euch ehrlich. Ich tu erst mal ein bisschen hier das Zeug wieder weg. Man muss halt zwischendurch immer mal heim. Bei dem bisschen wenig Platz, was man im Inventar hat. Hauptsache ich vergesse nicht wieder mein Essen und alles. Mein Diamantschwert hab ich mehr oder weniger ignoriert. So, die Teile brauchen wir jetzt garantiert nicht. Und eine Spitzhacke wär mal gut. Das kommt hier rüber. Das hier sieht einfach aus wie ein Herz, diese Beetroot. Das ist auch weird. Vor allem, wieso hab ich den scheiß Diamond Helm die ganze Zeit in der Offhand, ey? Das wird der Rietze wieder aufregen im Video. Digga. Ich hab das halt dahin gelegt, weil ich ne Weihnachtsmütze aufhabe. Immer dasselbe mit dem. Ja, wenigstens keine Phantomhäute, gell? So, erstmal Spitzhacke und das Geschenk lass ich auch hier. Soll nicht so kaputt gedrückt werden beim Transportweste. So, TP. Wie sehr alle runterfallen freiwillig. Oh, scheiße, weg. Hä, was will denn da von mir? Weiß ich nicht. Die haben dich schon ein paar Mal angegriffen gerade. Da kamen einige auf dich zu. Anscheinend hast du die aus Versehen angeguckt. Deswegen, 30 Grad nach oben schauen. Die kleinen Endermen sehen nochmal aus wie Endermilben. Zumindest, wenn man so nur aus dem Augenwinkel sieht, so ganz kurz. Seck dir pelisch mal zu mir. Ne, ich, wieso? Ich hab hier gerade ne gute Stelle. Von hier aus kann ich sehr viel finden. Versuch weiterzusetzen. Ich hab doch noch die... Hä, holt mein Wasser! Ah! Mann! Ich glaube, wir generieren zu viele Chunks auf einmal. Meinst du, wir sollen hier nur einer erkunden oder so? Äh, nee. Ist schon gut genug. Ja, wir sind raus, aber auf besser Leistung, oder? Dann muss ich wieder, wenn ich die Map downloade und bereitstelle, die ganzen Chunks löschen aus dem End. Die Leute haben sich übrigens beschwert, dass wir nur noch 6 Slots haben. Hä, echt? Wieso? Digga, da spielen wir eh in selten, Leute. Wieso haben die Leute sich beschwert? Ich dachte, hier ist keiner mehr online, gefühlt. Also zumindest nur noch 2, 3 Leute gleichzeitig und nicht mehr 12. Ey, so, YoDragon und so haben sich beschwert. Die war letztens auf dem Server und der war voll, dann konnte ich nicht spielen. Bin ich aufgeregt, warum wir nur noch so 6 Slots haben. Hä, aber die haben doch gar nicht geschrieben, oder? Auf dem Discord. Ja, die haben mir geschrieben. Ach so. Na, die müssen mir schreiben. Weil ich hab das umgestellt, damit ich nicht so viel zahle. Damit ich wenigstens wieder ein bisschen was rauskriege an Geld. Ich hab schon mich geärgert, als ich viel zu spät das umgestellt hab. Ich mein, ich hätt's auf 8 Slots machen können, aber dann auch schon ein paar Tage vorher. Deswegen, ich denk da immer so spät erst dran. Das ist jedes Mal so scheiße. Ich muss auch noch heute eigentlich bei dem TinyCR-Zauber was umstellen. Oh, Sicky, hau ab! Ja, du hast mich doch tippet. Ich kann ja nichts dafür. Na komm, geh auf so. Schauen wir uns mal das Desaster hier an. Oder was auch immer. Ich seck mich einfach in der Mitte hoch. Ey, ich hasste viel, schau. Wisst ihr das eigentlich? Ja, ohne Witz, dieser Scheißeffekt. Man müsste jedes Mal so 100 Milcheimer mitnehmen, damit man sich das wegmachen kann. Aber dann gibt's doch auch hier, wenn du Honig trinkst, das kannst du ja stacken, gell? Honig, das ist der Vorteil. Da kannst du auch die negativen Effekte wegmachen, aber die positiven bleiben, wenn du welche hast. Das ist das Gute. So, weg. Oh, nee. Hier ist eh nix. Das lohnt sich nicht, hierher zu latschen. Außer, dass du nicht mehr von denen abgeschossen wirst. Naja, aber es wird vielleicht auch gut sein, dass hier in der Mitte vielleicht irgendwelche krassen Rüstungen oder so sind. Ja, ich guck ja mal. Nein, da hinten ist ne Kiste, das ist gut. Oha, und sogar ne Enderkiste. Oha, es wird kill doch mal die scheiß Viecher, man. Du hast eine Aufgabe. Ja, ich bin schon dabei hier. Was denkst du, was ich mach? Da nehm ich mir mal die restlichen Items, oder? Dann bräuch ich die Sachen. Aber es wird bitte kill mal die Viecher. Ich muss die Endertruhe abbauen. Ah, mit Behutsamkeit. Ja. Ich bin nicht blödsamer. Naja, ich dachte nur, vielleicht denkst du nicht dran. Es ist ja nicht so, dass ich es dir nicht zutraue. Was soll das denn heißen, Digga? Weil du mir unterstellt hast, ich würde denken, dass ich dir das nicht zutraue. Ach. Nein. Was soll das sein? Na, irgendein Schalker noch. Was doomed to fall, ja. Also, du hast mich nicht gekillt anscheinend. Oder irgendwas anderes. Man würde ja davon ausgehen, dass da einfach nur steht, Fail out of the world. Äh, was denn hier, ey? Man kommt überhaupt nicht mal lang. Oh. Das sieht ja gerade aus wie die Limbo-Dimension in Hexit. Uff. Oh, ja, die ist lustig. Na, die ganz komische mit diesen Riftblades, ey. Ich hab das nie verstanden. Das war so richtig weird. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier noch in Hexit 2 gibt. Oh, ich seh da was niedernes in der Map. Ja, hier oben ist was. Die Endertruhe springen mir wahrscheinlich hinterher, Digga. Würdest mich doch verarschen. Die Frage ist, ob hier noch ein Schiff dabei ist. Das wär sehr gut. Und eigentlich das Hauptziel. Alles andere ist nebensächlich. Da oben, das sieht so ein bisschen aus wie ein Schiff, aber es ist leider mit dem Ding verbunden. An der falschen Person. Ey, ich werd hier hin und her gereicht, überall hin, ey. Hier wollte ich mich grad flaxen. Ich wollt grad mal sagen, Säck, hier oben ist ein Schiff. Hab's voll übersehen. Upp. Ach, vorhin bei der ersten. Also ich hab grad noch mal geguckt eigentlich und da war nischt bei der anderen. So, warte. Hier waren wir die ganze Zeit. Guck dich mal bitte um. Hab ich keine Render Distance? Ich seh das nicht. Also ich seh's da oben. Warte mal, da ist was im Schatten. Ist das ein Schiff, Alter? Das gibt's doch nicht. Das ist halt wirklich so weit weg gewesen. Also im Nebel bei mir. Sag mir mal eure Koordinaten, Säck. 1600 und 1900. Digga, Schen, die TPs dich rum. Ja, mit der Enderperle. Junge, der macht das so schlau. Mit Enderperlen, ja. Ich hatte einen Villager, der mir Enderperlen verkauft. Wieso soll ich mich versperren hier? Ja, das stimmt. Säck, Säck, besorg mir mal Blöcke. Äh, ich hab ein paar. Meinst du jetzt hier Endstone? Sneak mal. Oh. So, gib mir mal Blöcke, bitte. Ja, hier. Und Erde. Aber jetzt bin ich gefühlt im Nirgendwo. Neues Skyblock-Projekt oder so im Endstarten. Ich lasse gleich Wasser runter. Hey, machst du jetzt hier irgendwie Bedwars? Hey, warum? Ich will zum Schiff. Ach so, sah kurz so aus, als würdest du dich so hochstacken zur anderen Insel und den runterschlagen wollen. So sicks mieten? Ja. Och. Ja gut, dann kannst du auch kein Blöcke holen. Ja, kann ich mich mal nützlich machen, gell. Ja, das war jetzt gerade nicht mal meine Schuld. Das muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ja, ist ja gut. Ich hab mich ja nicht beschwert. Außer bei mich selber. Jetzt brauchen wir wieder so eine komische Treppe wie damals. Das sah aus, ey. Das war ja Top-Attack 1. Sicher? Ja klar, das war, als ich hier diese Folgen gestreckt hab auf die 100. Da hab ich nur 5 Minuten Folgen gemacht oder so. Das war ja nur. Das war ja, ja. Ich hab ja...